Chat, machen wir noch eine entspannte Runde hier zum Abschluss. Willkommen bei Mario Maker 2. Ihr seht, hier ist so eine japanische Map. Erstellt von dem Knaben hier, mit dem gelben Super Mario Helm. Ihr seht, Weltrekord wird gehalten von einem ziemlich coolen Dude, der Schwabbel heißt. Wartet. Seht ihr es? Hier. Weltrekord Schwabbel. Ich habe 6 Sekunden, 6,533 Sekunden gebraucht, um diese Map durchzuspielen. Die Map hat 3 Kommentare. Legende der Typ. Schwabbel ist schon heißes Eisen in dem Spiel. Ja, true. Hier ist ein Typ, den ich hinterlassen habe, für alle anderen Spielerinnen und Spieler, die Probleme mit dieser Map haben. Wenn ihr das so seht, diese Zeichnung, dann dürftet ihr keine Schwierigkeiten damit haben, das zu interpretieren. Also auf der linken Seite vom Strich sieht man, wie Mario als Link an der Pflanze sich festhält und ein großer Pilz auf ihn zusteuert. Und auf der rechten Seite verwandelt sich dann Mario in den großen Mario. Und wichtig ist es, dass der Po nach rechts zeigt. So kann man diese Map schlagen. Was ist das Rote? Das Rote war ein Pilz. Wer nach dieser Zeichnung das Level nicht schafft, ist einfach nur doof. Das denke ich mir halt auch schon, ja. Danke, dass du es trotz Stimmungskiller mit den Randos nochmal probiert hast. Danke, dass ihr mit dran geblieben seid. Ja, tut mir leid, aber ich... Das ging nicht. Mit dem hätte ich nicht mehr... Wollte ich nicht und geht nicht. Da mit dem einen Dude da nochmal eine Lobby starten. Auch wenn er sich im Nachhinein entschuldigt. Ich müsste die ganze Zeit Angst haben, dass... Okay. Ich müsste die ganze Zeit Angst haben, dass... Dass der nochmal irgendwie sowas von sich lässt. Hold up. Okay. Warte mal. Wie komme ich da hoch? Geht das überhaupt? Okay. Also das sind Expertenlevel. Hier gibt es immer einen Trick. Wahrscheinlich muss ich... Ah. Na, ist ja einfacher als gedacht. Ist ja easy. So. Und jetzt kann ich... Aus der Shell... Okay, das war ein Fail. Das war auch ein Fail. Okay. Nice. Das war nicht so gut. Die hätte ich gebraucht. Äh. Und da ist noch so ein Ultra-Mario drin. Ich habe keine Ahnung. Impossible Level 99% Difficulty. Okay. Das ist das... Das Level, was man eigentlich unmöglich schaffen kann. Verstehe. Dude. Hm-hm. Okay. Da war safe. Eine Abkürzung. Nenn... Bro, what? Okay, wenn ich jetzt noch volle HP hätte. Wenn ich jetzt noch der große Mario wäre, wäre das möglich. Ohne den großen Mario ist das ein bisschen schwierig. Dann darüber? Ich weiß noch nicht genau, was dann kommt. Ich bin drauf und dran, wegen Mario Maker eine Switch zu kaufen. Das Level ist nicht so schwer. Danke. Hm. Frechheit. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich... Oder? Also, das ist schon mal ganz gut, richtig? Okay. Sollten wir den großen Mario auch noch dazu holen? Kann dieser riesengroße XXL-Mario überhaupt in dieser Shell sich tarnen und verschwinden? Ich wage das ja irgendwie zu bezweifeln. Vielleicht ist hier noch was drin. Okay. Fuck it. Okay, oder? Okay. Okay, wartet. Ich hab's gleich. Wir warten, bis die Sonne auf die linke Seite kommt. Dann werden wir, richtig geschickt, uns Schaden holen. Der Schaden sorgt dafür, dass wir hier das Ding öffnen können. Jetzt den Superpilz an uns nehmen. Und jetzt passt auf. What the fuck? Okay. Wartet. Jetzt muss ich wahrscheinlich... Da durch. Durch dieses kleine Loch, das sich jetzt aufgetan hat. So, passt auf. Ich bin mir nicht sicher, was da los ist. Der Pilz muss die Lösung sein. Der große Pilz, meinst du? Dass ich die Eisblöcke kaputt mache und dann vielleicht sich eine Tür auftut? Maybe? Aber mehr kann ich nicht zerstören, ne? Ich könnte diesen einen Block noch kaputt machen, aber nicht mehr. Der Panzer war doch schon die Lösung. Vielleicht ist das nur ein Bait. Vielleicht will er, dass wir denken, dass der Panzer die Lösung ist. Aber das ist er gar nicht. Hier komm ich gar nicht weiter ran. Verstehe, verstehe. Alright. Probieren wir es erstmal so, wie ihr sagt. Oder? Oder? So. Jetzt ohne Panzer rüberspringen. Anders geht's nicht. Es ist denn, man kann irgendwie auf der Sonne landen. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oh, vielleicht können wir auch rechts rüberlaufen, Chat. Was haltet ihr davon? Über die Stachel. Er will, dass man denkt, dass man nach links muss. Aber was ist, wenn wir nach rechts müssen? Ich glaube, das ist es. Passt auf. Okay. Da war... Nach oben, über den Maprand hinaus, war da noch eine Mauer. Da kann ich nicht rüberspringen, so wie es aussieht. Das ist vielleicht doch nicht richtig. Also bleiben wir bei der Strat, dass wir erstmal normal spielen. Sind uns aber weiterhin sicher, dass der irgendwo... ...so eine geheime Tür für sich offen gelassen hat. Okay. So. Das ist jetzt relativ easy. Uh. So. Okay. Wenn ich jetzt auf den drauf springe... ...wichtig ist der... Warte mal. Mal gucken, ob hier irgendwelche geheimen... ...Pilze sind oder so. Guck mal, da oben ist noch was. Seht ihr das? Da oben ist irgendwas Geheimes. Okay. Wie kann ich das jetzt zum Drehen bringen, ohne zu sterben? Wenn ich da rein springe, bin ich doch RIP. Right? Kann man sich unten nicht durchfallen lassen? Wenn man dich durchfallen lässt, bist du... ...bist du RIP, glaube ich. Guck mal, wenn ich jetzt da rein springe, bin ich tot. Vielleicht komme ich relativ... Nee. Schaffe ich es da noch raus? Vielleicht, wenn ich ganz schnell springe im Anschluss. Ich würde die Shell aufnehmen, nach oben gehen und dann loslassen. Loslassen. Oder? Was meinst du? Das Problem ist, ab hier muss ich die Shell halt zurücklassen. Mit der Shell kann ich halt nicht weiter. Eigentlich müsstest du es dann rausschaffen, sobald du auf den Panzer springst. Okay, also ich habe kurz Immunität, oder was? Wir gucken mal. Die rote Shell. Bang! Bam! Bam! Okay, so. Wir haben es geschafft. Ich dachte, man stirbt automatisch. Okay, okay. Hey, hey, hey. Okay. Wartet. Hold up. Was ist das für ein Scheiß? What the fuck? Da ist ein Stern. Wo ist der Stern hin? Also der Plan ist eigentlich, dass ich den... Dass ich den Stern kriege? Aber das funktioniert doch gar nicht. Hey, Bibi. Danke für den dritten Monat. Hallo. 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 Ich weiß, dass er mogelt. Er wird den Scheiß nicht gespielt haben. Er wird irgendwo eine geheime Tür haben und schreibt dann in sein Level, 99% unmöglich. Das ist das schwierigste Level, das ihr je gesehen habt. Oh, ich kann auch als Riesen-Mario da rein. Oh, jetzt haben wir eine krasse Kombi so. Seht ihr, wie ich meine? Jetzt kann ich nämlich... Weiß ich nicht genau. Was kann ich jetzt? Äh... Jetzt kann ich Sachen zerstören. Hier komme ich nicht durch jetzt. In dem Riesen-Format. Doch komme ich. Aber ist schwer. Okay. Okay. Wenn ich als Riesen-Mario in die andere Zone komme, kann ich bestimmt Sachen kaputt machen, womit er nicht gerechnet hat. Oder womit er doch gerechnet hat. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass andere Leute damit rechnen. Und deshalb... Wartet. Okay. Nochmal. Komm schon, Mario. Wir sind da schon zweimal durch. Okay. Ich spamme irgendwann so hart, dass ich zu viel spamme und automatisch runterfliege. How? Kannst du mich was ausprobieren? Am Anfang kein Pilz nehmen und bei den Dornen in den Schacht mal springen. Das ist gut. Das ist perfekt gerade. Nice. Sehr nice. Oh mein Gott. Das ist genau das, was wir brauchen. Hä? 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 Was ist, wenn ich hier diese Eiszapfen kaputt machen muss? Hoh! Glaubt ihr, so komme ich nach rechts rüber? Nee, oder? Da wird immer noch eine Falle sein. Wir gehen jetzt erstmal durch das grüne Dingsbums, right? Okay. Ha-ha! Okay, das ist gut. Wenn wir... Die Shell kann ich nicht wieder mit... Nee. Oh, hätte ich die Shell mitnehmen können, weil ich die Dinger zerstört habe? Weil ich die Mauer zerstört habe. Ah! Ich hätte die Shell mitnehmen können. Oh! Oh, ich verstehe. Aber ich glaube, wir kriegen es so auch schon gecheased. Passt auf. Jetzt bin ich ja, wenn ich einmal Leben verliere, nicht so schlimm. Ich bin immer noch der große Mario. Und der große Mario kann rechts diese Blöcke zerstören. Ja, wir probieren es kurz. Uff, okay. Okay, nicht das, was ich wollte. Der Stern wird nie ankommen. Das ist doch ein richtig dummes Level, Bro. Okay. Achso, und hier, der Schacht, ja. Also, der Schacht-Chat, der führt einfach nur in den Tod. In den fucking Tod. Aber dann haben wir es auch mal ausprobiert. Okay. Skrrt. 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 Oh, das war zu früh. Nein, das war die falsche Reihenfolge. Warte. Was? Kann ich jetzt überhaupt noch an die Shell ran? Oh, kann ich. Okay. Okay. Das ist doch nichts. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Soll ich oben die Eisblöcke kaputt machen? Vielleicht kriege ich was, wenn ich Eisblöcke kaputt mache, Chad. Guck mal. Wartet. Warte. 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 Okay. Okay. Egal. Let's go. Was? 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 Warte. Was? 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 Okay. Okay. Was? Was? Okay. Okay. Was? Was? Sollen wir ausprobieren? Sollen wir ausprobieren? Ich kann's testen. Okay. 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 Ich springe. Ich springe und die Note springt. Allein schon. Allein schon. Allein schon das nach rechts hoppeln sorgt dafür, dass die Note nach oben springt. Fände ich also im richtigen Moment. Ups. Ich weiß nicht. Bro, I don't know. Wenn das nicht klappt mit rechts, dann klappt nicht. Klappt nicht. Klappt nicht. Klappt nicht. Er hatte ne Mauer, Chad. Er hatte ne Mauer. Er hat alles gedacht. Der kleine Nils. Er weiß genau, was er tut. Impossible Level 99% Difficulty. Der heißt Fred? Ich hab nicht auf sein Nickname geachtet. Er hat alles gut. Er hat alles gut. Er hat alles gut gemacht. Er hat alles gut gemacht. Er hat alles gut gemacht. Sollten wir jetzt noch mal nachgucken was drin ist in diesem kleinen Ding? Ja, was war das? Was war das für ein Ding? I don't know. What the fuck? Fuck. Nee, ist okay. So. Jetzt müssen wir uns ganz genau überlegen, wie genau ich das mache. Ich muss mir ganz genau überlegen, wo ich lande. Denn mit jedem Mal landen bekomme ich ich mache den Boden unter mir kaputt. So. Und den Boden unter mir zu zerstören, ist keine gute Idee. Zuerst mache ich einen Sprung nach oben. Nein. Erst links, dann rechts. Ja, aber ich muss das Ding in der Mitte oben erstmal zerstören. Denk ich. Und ich weiß nicht, ob ich da noch genug Platz habe, um hochzuspringen. All right. Chat, das sieht nicht gut aus. Chat, ich... warte. Okay, oder? Ganz nach unten bringt nicht viel. Vielleicht könnten wir jetzt die Stacheln da benutzen. Um uns nach oben zu mogeln. Das Einzige, was ich beachten muss, ist... dass ich jetzt Schaden nehme mit Absicht? Damit ich nichts mehr zerstöre. Korrekt. Wenn ich jetzt hier hochspringe... habe ich dich, du Drecksack. What the fuck? Da ist ein Loch. Wo ist ein Loch? Stern vergessen? Okay, ich würde an den Stern rankommen. Ja, true. Aber was mache ich dann mit dem Stern, Chat? Ich verstehe es nicht. Über die Stacheln laufen. Also dann wieder runter droppen lassen, oder was? Hier dieses komische Minispiel machen. Und wenn ich ganz unten lande, ist das nicht so schlimm, weil ich den Stern habe. Oben ging es nicht weiter. Oben war eine Sackgasse. Schwabe, du denkst, du kompliziert hier. Du hast es vorhin schon richtig gemacht. Spring auf den Panzer, damit der wieder wechselnd die rot-blauen Blöcke aktiviert. Da musst du dadurch zur Röhre. Du hättest es vorhin fast geschafft. Aber... Ich bin mir sicher, dass Nils geschummelt hat. Es muss einen Weg geben, der einfacher ist. Mit Stern müsste ich über die Stacheln drüber können, ja. Mach bitte den Weg, so wie Rieslinger geschrieben hat. Meint ihr? Okay. Selina, danke schön für den 13. Monat. Hallo. Dein leichterer Weg ist doch viel komplizierter. Was ist, wenn die Blöcke rechts so aufgebaut sind, dass sie mich zwangsläufig in die Stacheln bringen? Die waren nicht alle blau-rot, blau-rot, blau-rot in dieser Reihenfolge. So waren die nicht aneinandergereiht. Es gab zwischendurch auch drei blaue direkt nebeneinander oder übereinander. Sodass man halt, ganz egal, wie sehr man sich von oben versucht zu nähern, dass man runterfällt. Gott sei Dank. Richtig, deswegen schnell durch. Schnell bringt dir nichts, wenn du da mit einem mal drei Blöcke runterfällst. Sorry, aber ich glaube, mein Weg ist der bessere. Pass genau auf, wie das geht. Bibidibu, 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 Bibidibu. So. Ich darf ihn nicht zerstören. Ich darf ihn nicht töten. Äh. Muss ich auch nicht. Ich lande erstmal hier. Fuck. Okay. Nicht so schlimm. Okay. Wartet, hab ich den Stern? Oh nein! Der Stern kommt doch jetzt direkt zu mir runter. Aber das Ding funktioniert jetzt nicht mehr. Wartet. Ich kann nicht... Ich haße diesen Map. Okay. 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 dialogues. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auch all meine inneren Konzepte und Ideen habe ich losgelassen und bin in absoluten Frieden mit allem. Ich ruhe tief in mir und genieße das Gefühl von tiefem Vertrauen. Ich bin tief, entspannt und ruhig. 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 Der hat da sogar noch diese Steinmobsies versteckt, damit, wenn man es ohne Stern macht, stirbt. Und ruhig. Die Außenwelt habe ich losgelassen und bin einfach nur der bewusste Beobachter. Auch all meine inneren Konzepte und Ideen habe ich losgelassen und bin in absoluten Frieden mit allem. Ich ruhe tief in mir und genieße das Gefühl von tiefem Vertrauen. Ich bin tief, entspannt und ruhig. Ich bin tief, entspannt und ruhig. Ich muss irgendwie im richtigen Moment springen, dann werde ich nach vorne geschleudert. Ich bin tief, entspannt und ruhig. 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 Ich bin in jedem Moment tief, entspannt und ruhig. Die Außenwelt habe ich losgelassen und bin einfach nur der bewusste Beobachter. Auch all meine inneren Konzepte und Ideen habe ich losgelassen und bin in absoluten Frieden mit allem. Ich ruhe tief in mir und genieße das Gefühl von tiefem Vertrauen. Ich bin tief, entspannt und ruhig. 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 Darf ich ihm so bad hinschreiben oder meinte Nintendo, entzieht mir die Rechte zu kommentieren? Ich bin tief, entspannt und ruhig. 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 Die Außenwelt habe ich losgelassen und bin einfach nur der bewusste Beobachter. Auch all meine inneren Konzepte und Ideen habe ich losgelassen und bin in absoluten Frieden mit allem. Ich ruhe tief in mir und genieße das Gefühl von tiefem Vertrauen. Ich bin tief, entspannt und ruhig. 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 Okay. Wir haben es geschafft. Haha. Hat er gedacht, dass er uns mit seinem Troll-Level zur Hölle schickt. Aber habt ihr gesehen, wir brauchten den Stern tatsächlich. Ohne Stern wären wir am Ende von diesen Phomps, oder wie sie heißen, zerquetscht worden, bevor wir in die Röhre rein können. Richtig frech. Äh, der Fehler war, dass wir als Team gedacht haben, dass wir den großen Mario brauchen, um alles kaputt zu machen. Aber der mittlere Mario hat ja schon gereicht zum Zerstören der Dinger. War viel einfacher. Steht dein Weltrekord bei der Map vom Anfang noch? Äh... Warte. Hier hatte ich den Weltrekord, ne? Na klar steht er noch. Ich hab 6 Sekunden und 533 Millisekunden gebraucht. Weltrekordhalter. Ich will nicht angeben, aber... Ist halt schon ziemlich... Ist halt schon cool. Oh und hier bin ich auch Weltrekordmeister. Ähm... 54 Sekunden hab ich gebraucht. Ja. Ja. Und hier bin ich... Ach hier bin ich auch Weltrekordmeister. Ja, Chat, was soll ich sagen, ne? Ist halt... Kannst du noch testen, ob meine Theorie mit dem Bombe zuerst werfen funktioniert? Warte, wo waren das hier? Warte, wieso höre ich nichts? Bin ich doof? Warte, wieso höre ich nichts? Ben... Ok... Nochmal? Okay. Duh weißt, wie man foltert, ha? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja-ja. Das ist sogar noch schneller. Das ist sogar noch schneller. Das noch schneller. Noch viel schneller. Wow, was habe ich da gemacht? Bombe ins Entwerfen ist gut. Hä? Wieso klappt es im Nachhinein nicht mehr? Ich glaube, das war noch schneller als letztes Mal. Ups. Neuer Rekord. 300 Millisekunden schneller. Vielleicht können wir das sogar... Ne, das reicht erstmal. WTF, was ist das für ein Level? Da haben wir uns vorhin die Zähne ausgebissen, weil das so ein bisschen... Das arbeitet mit... Das arbeitet mit fiesen Tricks. Das Ziel ist hinter einem Stein versteckt. Aber, wenn man als kleiner Mario sich an die Ranke hängt und dann zum großen Mario wird, durch ein Power-Up, dann wird der Po vom großen Mario... Dann glitscht der Po vom großen Mario durch die Wand hindurch ins Ziel hinein. Ja, das ist so ein... Du musst einen Glitch nutzen, um das Level zu bestehen. Mussten wir erstmal dahinter kommen, aber wir haben dazugelernt. Wir sind jetzt voll die Experten. Okay. Bombe! Auf die andere Seite! Oh mein Gott! Was war das denn? Okay. Zu früh. Hat nur 20 Minuten gedauert? True. Hab mich nicht rechtzeitig umgedreht. Der Po muss nach rechts gucken. Ganz wichtig. Nach rechts, nicht nach links. Sonst glitscht der Po nicht... Sonst glitscht der Po nicht durch die Wand durch. Und ihr seht, ich hab das Level geboot, weil ich da eine halbe Stunde gebraucht habe. Dreh dich doch nicht um, du Stück, Junge. Bleib doch mit dem Po nach rechts. Was ist denn dein Problem? Von wem hältst du dich eigentlich? Aber es sieht nahezu perfekt aus. True. Schaffen wir es unter 6 Sekunden? Noch ein Versuch. Ich glaube, diesen Weltrekord kann man nicht mehr knacken. I don't know. Okay. Jet, ich muss eigentlich Gassi. Was verführt ihr mich hier, neue Weltrekorde aufzustellen? Bip, 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 bip. Bip, 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 Gassi oder Loki? Ich will kurz was testen an der Pflanze. So. Wenn ich hoch gucke, ist er automatisch in die richtige Richtung gewandt. Loki meint, er will erst raus, wenn ich es in 5 Sekunden schaffe. Bro, was mache ich denn, wenn die so rumfliegt? Okay, letzter Versuch. Jetzt der letzte Versuch. Jetzt. Ich glaube, das war unter 6. 5, irgendwas, Chat. So können wir es doch jetzt lassen. Das ist gut. Ne, ich glaube 6,3. Na, 5,8, Bro. Unter 5 geht glaube ich nicht. Also, vielleicht jemand, der super viel Mario Party spielt, aber, äh, Mario Maker. Foxy, danke für den 19. Monat, hey. Und Reflex, danke für den Follower. Du solltest mal Videos von Dashi auf YouTube gucken zu Mario Maker Zweiter. Kannst du viel lernen und lachen. Sorry, aber ich habe schon meinen Mario Maker Senpai. Und der heißt Aurateur. Streamt zu unmenschlichen Zeiten, wenn man aus Europa kommt, aber, äh, der Bald Man unterrichtet mich in Sachen Mario Maker. Aber danke für die Empfehlung, Foxy. Dankeschön. 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 Langsamer? Ne, das war schneller. Ne, das war langsamer. Das war wieder über 6 Sekunden. Okay, du hast recht. Hä? Hat sich so schnell angefühlt? Hat sich richtig schnell angefühlt. Ich verstehe nicht, warum die Bombe manchmal, wenn ich in die Reihen laufe, explodiert sie, glaube ich. Oh, das war der schnellste, das wir jemals hatten. Jetzt waren rechts oben sogar vier Sekunden noch übrig. Sonst waren immer drei Sekunden übrig, jetzt waren vier Sekunden übrig. Das war definitiv aller schneller, Chat. Hier. Okay, das war's. Chat! Jetzt ist Schluss. Ja, ja, jetzt ist Schluss. Wir machen auf. Wir machen auf.